Also, ähm, wir werden uns hier wieder ein Pony kaufen und zwar wird es das hier. Äh, ja, ich weiß nicht, wie ich auf die Idee komme und ich hatte irgendwo schon einen Namen für dieses, dieses kleine Schnuckelpony. Eigentlich ist Party Nova auch ein echt schöner Name, den schreibe ich mir auch noch gleich auf die Liste. Ich habe hier den Namen und zwar hier K, äh, C meine ich, Kuki. Ähm, Dream, genau, Kuki Dream wird der kleine Süße hier heißen. Also, willkommen in meinem Stall, Kuki Dream. Ja, dann werden wir den auch gleich hier von der Liste streichen, also von der Namensliste genauso wie, ähm, von der Pferdeliste. Denn ich habe mir eine Pferdeliste gemacht und halt eine Namensliste und die Namensliste, wenn ich schon spezielle Namen habe für ein spezielles Pferd, äh, wird das Pferd dahinter auch gleich eingetragen. Da ich jetzt aber den Namen benutzt habe und auch, äh, das Pferd dazu gekauft habe, wird, ähm... Könnt ihr mir bitte einen Grund sagen, warum ich das gerade gemacht habe? Ja, okay, es ist jetzt nicht so schlimm. Ich habe sechs Pferde und bin super happy mit allen. Ähm, Chocolate Dream wäre eigentlich auch ein süßer Name, aber ich habe jetzt Cookie Dream genommen, da ich finde, das ist irgendwie so ein Keks. Du bist ein Keks. Dann machen wir mal ein Foto mit dem Keks. Und, ähm, ja, das war es dann aber auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniert gerne meinen Kanal, schreibt einen, ähm, netten Kommentar mit diesem Hashtag, der hier eingeblendet ist. Dann werdet ihr vielleicht im nächsten Video gegrüßt und das war es dann auch. Ciao!